Lange mit Spannung erwartet, hat jetzt das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy am Landgericht Bayreuth begonnen. Als Ulfi Kulatsch den Gerichtssaal betritt, stolpern Kamerateams und Fotografen fast übereinander. Jeder will das beste Bild von dem Mann haben, der Peggy Knobloch 2001 in Lichtenberg getötet haben soll. Hat die Justiz einen riesigen Fehler gemacht oder ist Ulfi Kulatsch 2004 zu Recht als Mörder verurteilt worden? Diese Frage schwebt allgegenwärtig im Schwurgerichtssaal. So hat sich wieder die komplette deutsche Medienlandschaft eingefunden. Wie vor zehn Jahren, als Ulfi Kulatsch vor dem Landgericht Hof sein Urteil entgegennimmt. Und auch in Bayreuth drängen sich die Journalisten. Vor Beginn der Verhandlung steht dort eine zuversichtliche Gudrun Rödel Rede und Antwort. Die Betreuerin von Ulfi ist der Auslöser dafür, dass es zur Neuverhandlung gekommen ist. Es geht heute um den Mord und von dem er freigesprochen werden soll und ich bin überzeugt, dass er da freigesprochen wird. Die Wiederaufnahme. Ein Tag, den Gudrun Rödel lange ersehnt hat. Ja sicher ist es nach der Geburt meiner Kinder der Tag in meinem Leben. Das habe ich mir nie zu träumen gewagt. Auch Teile der Familie von Peggy glauben nicht an die Schuld von Ulfi Kulatsch. Und selbst die Anwältin von Peggys Mutter Susanne Knobloch, die als Nebenklägerin auftritt, hat Zweifel. Das zeigt schon für alle die überraschende und symbolträchtige Begrüßung zu Beginn der Verhandlung. Susanne Knobloch geht auf Ulfi Kulatsch zu und reicht ihm die Hand. Das ist ja nun ein Verfahren. Deswegen stehen wir ja auch heute hier, dass aufgezeigt hat, es gibt eine Menge Zweifel. Und sogar so große Zweifel, dass etwas, was selten in Deutschland passiert, es zu einem Wiederaufnahmeverfahren gekommen ist. Weil auch das Gericht gesagt hat, mit der Erkenntnis von heute, haben wir Zweifel, ob das Urteil damals, so wie es getroffen worden ist, auch zustande gekommen wäre mit dem Wissen, dass wir im Nachhinein gewonnen haben. Ich habe es ihm von Anfang an nicht zugetraut. Das ist eine relativ perfekte Tat und detaillierte Tat, die er da geschildert hat. Wo er sie her hat, weiß ich nicht, aber ich traue es ihm einfach nicht zu. Körperlich und geistig nicht. Bereits an den ersten Verhandlungstagen gibt es mehrere Zeugen, die Ulfi Kulatsch entlasten. Zum einen drei ehemalige Kinderzeugen, die Peggy nach dem vermeintlichen Zeitpunkt des Mordes noch gesehen haben wollen, wie sie in Lichtenberg in einen roten Mercedes einstieg. Deren Aussagen wurden im ersten Prozess als nicht glaubhaft bezeichnet. Und die eidesstattliche Rücknahme der Aussage des mittlerweile verstorbenen Peter Hoffmann. Der saß 2001 mit Ulfi Kulatsch in der Psychiatrie der Bezirksklinik Bayreuth und hatte behauptet, Ulfi habe ihm gegenüber die Tat gestanden, was als Basis für die Verurteilung diente. Bis allerdings tatsächlich geklärt ist, ob der Mordvorwurf gegen Ulfi Kulatsch gerechtfertigt ist oder nicht, dafür müssen noch viele weitere Zeugen an den restlichen sieben der neun angesetzten Verhandlungstage gehört werden. Weiter geht's bereits am kommenden Dienstag.